Nein. Es ist die dritte Runde hintereinander und die haben die... Ach, leck mich doch hin. Ja, für mich ist es nicht die dritte Runde hintereinander. Ich hab ja nur Pech heute. Ja. Ich hab grad einen mega Aussetzer gehabt. Ey, die hast du sowieso... Ähm. Ähm. Was denn? Es müsste die... Ist das Legion? Kann sein. Äh, hier steht einer auf dem Fels gegenüber von mir. In einem komplett schwarzen Outfit. Ich denk mal, es ist Legion. Aber das sieht total kurios aus. Ja, ich hab halt... Herzblatt kommt und geht. Also, ich weiß nicht, ob das Legion ist. Das ist die Krankenschwester. Was ist denn das? Hier steht aber auch... Dann geh doch mal hin und guckst gern. Ich bin unterwegs. Ich bin aber nicht mehr so jung. Und dann brauche ich halt ein bisschen. So. Mhm. 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 So. Ja. Sie ist auf dem Weg zum... In der Richtung steht. Nein! Oh Gott! Ich hab schon wieder vergessen, meine Störungen umzustellen. Okay. Ich seh das Schiff noch nichtmals. Haben die es wieder... Nein, na... Die ist auf dem Weg zu mir, weil ich die Stör... Weil ich halt verkackt habe. Ich bin an der Vierkirche. Ja, ich hab grad mega Herzschlag. Sie geht weg. Okay. Ja, die ist bei mir. Ich bin auch dumm, ey. Wirklich. Hm. Ich muss endlich Störungen umstellen wieder. Ja, aber ich kenn das auch. Wenn du dann irgendwie rausfliegst oder eine Scheißrunde hattest, du denkst ja nichts. Und dann willst du halt schnell weiter spielen. Ich wollte ja deine Einstellung haben, aber ich könnte dich ja schlecht fragen, wenn du noch im Stil warst. Du sagst... Ach... 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 Bist du bei deinem Schiff? Ne, ich bin jetzt am Steg. Ah... Geh über der Fäckigenhütte. Ja... Da komm ich pratea. Ich seh dich. Ich bin nämlich gestartet. Bitte? Ich bin jetzt gestartet. Okay. Ich bin auf der anderen Seite der Schiff. Also... Auf der anderen Seite. Ich bin mit deinem Handtruck da in deinem Oberkörper. Ich mag das auch von dir. Ich nicht. Am schlimmsten ist die Versua. Nee, ich mach die. Ja, was du magst. Das muss mir ja nicht gefallen. Das ist ja auch in Ordnung. Ich bin mit deinem Schiff. Ja, ich seh's. Hast du auf der anderen Seite? Ja, auf der anderen Seite habe ich. Ja, auf der anderen Seite habe ich. Ja, das ist ja auch nicht richtig. Das ist toll. Oh. Es hängt. Kommt nach hier. Du beobachtet den Haken. Alles klar. Wer bleibt jetzt ernsthaft da in der Nähe? Ja, lass es doch. Ja, die ist jetzt wieder am Haken. Dann geh ich zu meinem ursprünglichen Generator zurück. Nein, keine Chance zu dir zu kommen, ne? Die rennt da im Kreis. Oh Mann, nein. Du bist du denn jetzt? Jetzt, jetzt. Ja. Warst du das? Nein, aber sie hatte mich gesehen. Okay. Deswegen ist die zu mir gekommen. Die andere ist dann hin. Er liegt jetzt eh wieder. Ja, leider. Schaut auf Richtung kleine Schiff. Ja, ich kann hier nach. Alles klar. Oh, ja, aber da. Mhm. Ich hab außer den Generator verkackt, weil ich vom Kabel hängen geblieben bin vom Headset. Wow. Die Clodette hat sich grad beim Hallen verletzt. Weil die sich erschreckt hat, da ist schon um die Ecke gekommen. Pies auf dem Schiff. Pies auf dem Schiff. Und gleich wieder. Ich hab mich grad Unwohl wenn alle ... äh, wenn hier jemand vall ist. Ja, 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 ja. Die Jagd die Pergett jetzt. Die bei unserem Generator war. Ich will ja noch Ich will ja noch Komm schon, schneller Ja... Sehr gut, ist ja Ah... Wie ist das denn? Na, die eine und die jetzt wird ja was empfohlen Ja, die bleibt ja was empfohlen Ich sehe kein Wort mehr mit dem Leiter, wer erinnert Sie bleibt das Pirat wieder stehen Alle mit Sprintbus hier Hm... Wie ein Gleichschritt durch den Matsch Das sah gerade cool aus, so zwischen Hals und Kopf war gerade dein Gesicht Bleib mal... Bleib so, bleib so, bleib so Sieht so scheiße aus Ich kann doch mal rausgehen Au Au Bist du noch drin? Ja Du kannst mir den Bums mal machen, aber du hier fabrizierst Und dann könntest du mir auch sagen, ob die andere... Oh, jetzt hier... Oh, jetzt hier... Ob die andere auch dahin geht Äh, ja, die andere ist jetzt an der Viergegenhütte Auch auf dem Weg dahin Hat aber auch kein Item oder so, ne? Ja Na, die ist rechts an dir Mhm Ist jetzt am Haken, Esther So ein Scheiß Warte, die lässt die entkommen? Die hat ja zugeneckt Geh raus Hallo? Ja Geil, dass grad aussah Wie nur mit dem Nicken Okay Hallo? Ja, wo ich das noch schaffe Ja 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 Ich wollte jetzt nicht da einfach Doch Ich schon